Hi Leute, wir zocken heute Fish & Frenzy. Natürlich auf dem höchsten Einsatz. Wir haben direkt mal Freispiele. Ich bin mal gespannt, wie es laufen wird. Ihr seht ja schon, auf dem Automaten ist ziemlich viel Geld drauf. Also mal sehen, ob er noch weiter uns gönnen wird. Ah, das ist schnell durchspielen, das ist natürlich richtig nervig. Vergesst auf jeden Fall bitte nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, den Kanal zu abonnieren. Vielen, vielen Dank für die ganze Unterstützung. Ich zähle wirklich da auf euch, weil das hilft mir wirklich viel weiter und auch vielen Dank für jeden einzelnen Kommentar. Ich lese mir das natürlich durch. Ich versuche euch auch immer zu antworten. Wenn ich das mal vergesse, dann bitte nehmt es mir nicht übel, aber eigentlich, glaube ich, antworte ich auch jedem. Also vielen Dank. Wow, okay, das geht schon mal gut los. Zwei Angler. Nicht schlecht. Krass. Das läuft doch mal richtig gut, oder? Wie viel fängt der denn insgesamt? Oha. 300 Euro einfach mal und dann noch eine Fünferlinie. Heftig. Ja, das läuft jetzt also. Dasienteimes. Was peker? Auf! Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 200 Euro Fisch, einen 200 Euro Fisch zu angeln ist echt nicht schlecht. Das habe ich selten richtig gut. Boah, stellt euch mal vor, da wäre der Angler gekommen. Das wäre doch richtig heftig gewesen. Das schon in der zweiten Freispielrunde. Mann, wie schade. Mann, wie schade. Mann, wie schade. Mann, wie schade. die dabei sind, aber wie sagt man so schön, Kleinvieh macht auch Mist. Wir sind schon bei 136 Euro, sehr schön, nur bei der Runde. Wir sind schon bei 145 Euro, sehr schön, aber wir sind schon bei 145 Euro, sehr schön. Wir sind schon bei 145 Euro, sehr schön, aber wir sind schon bei 145 Euro. Wir sind schon bei 145 Euro, sehr schön, aber wir sind schon bei 145 Euro, sehr schön, sehr schön. Wir sind schon bei 145 Euro, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020